Peinliche Stories. Und zwar hatten wir nach einem halben Jahr Training mit dem Showcore so eine richtig große Aufführung, richtig, wirklich, richtig großes Ding, haben extra Kostüme anfertigen lassen für uns und haben noch mit einem anderen Chor zusammen das gemacht und so. Und am Ende, ich glaube das war nach der zweiten Aufführung, standen wir da alle vorne und der Fahnen gehen langsam zu und wir haben gewunken und lief so langsam zurück und ich falle einfach voll über so eine Treppe rüber und stolpere so richtig und das war mir so unangenehm, weil halt das ganze Pumptikum gerade stand und applaudiert und ich fiel so voll hin, aber also angeblich soll man es nicht gesehen haben, weil es ja schon dunkel war, aber ich bin mir da nicht so sicher, also auf jeden Fall war das ziemlich lustig, ja. Ich hatte auch so eine Theatersache, die ich eigentlich relativ gut hinbekommen habe, aber mir ist dann im Endeffekt doch ziemlich peinlich, weil wir haben Mary Poppins aufgeführt bei uns damals und ich habe dann die Rolle des deutschen Bankers übernommen und ich sollte quasi Englisch mit einem superdeutschen Akzent sprechen, das habe ich gut hinbekommen, aber dann hatte ich eine Solonummer, wo ich gesungen habe. So und ihr kennt es ja, wenn man jetzt kein Autotune hat jetzt und dann so den ersten Ton treffen muss, das kann auch öfters mal schief gehen und ich treffe diesen ersten Ton nicht und jetzt gibt es, also der Rest alles gut, aber jetzt gibt es da eine DVD von und immer wenn ich mir das anschaue, treffe ich den ersten Ton nicht und ich komme nicht immer noch nicht drauf, Aber so, das ist eigentlich so das einzige Peinliche, was mir jetzt so wirklich raussticht, einfach nur weil ich es die ganze Zeit mitgenommen habe, weil ich mir diese DVD ein paar Mal noch angeschaut habe. Ich glaube die anderen peinlichen Momente, die habe ich professionell verdrängt. glaube ich auch. Ich hätte auch noch so eine Story, aber die ist nicht so peinlich, die ist mehr so Richtung so, das war so ein Scheißmoment eigentlich. Sorry für das Wort. Ne, also in Idaho gibt es Silverwood, also das ist so ein Theme Park eigentlich und wir sind da halt in meiner ersten Woche hingegangen und es war voll cool, wir waren da so den ganzen Tag da und dann am Abend halt war mir bei so der letzten, wie nennt man das, das war so eine Wasserbahn und ich wollte da halt nicht rauf und dann habe ich halt so gesagt, ja, so ein Wildwasserzeug, oder? Ja, genau und ich wollte da halt nicht rauf, weil ich halt nicht nass werden wollte und dann habe ich so gesagt, ja, ich warte am Entry, also am Eingang von der Bahn und die haben halt gedacht, ich warte am Exit, weil es war halt so, der Exit war halt so auf der anderen Seite. Du meinst ein Vergnügungspark jetzt? Ja halt, es war schon sehr weit weg und ich habe dann halt da gewartet, es war so um 10 Uhr und um 10 Uhr macht das halt zu, dann habe ich gewartet und gewartet und sie sind nicht gekommen und dann dachte ich, das ist ja irgendwie ein bisschen blöd. Haben sie mich vergessen? Ne, aber meine Gastmutter, deren Handy hatte kein Akku mehr und mein Gastvater hatte sein Handy in meinem Rucksack drin. Das ist optimal. Und dann bin ich halt so überall rum gegangen und habe versucht zu finden und ich habe sie halt nicht gefunden. Dann im Endeffekt war es so halb zwölf oder so und wir haben uns dann irgendwann mal gefunden. Das war echt nicht cool. Auch viel Zeit verschwendet, ey. Das war echt nicht cool. Also, was glaube ich immer sehr peinlich ist, ist, wenn man Sachen sagt, die man eigentlich nicht so hätte sagen sollen. Zum Beispiel, ich meinte ja bei einem anderen Thema schon mal, dass ich quasi so ein Cussword gedroppt habe, ohne zu wissen, dass das jetzt schlimm wäre und quasi immer als ich irgendein Wort gesagt habe, was ich irgendwie aufgeschnappt habe in der Schule, halt bei meiner Gastfamilie, weil dann wurde ich dann immer komisch angeguckt und das war mir immer sehr peinlich. Oder wenn man ein Wort aufgeschnappt hat und denkt, man kann es richtig gut verwenden, also baut es einfach in irgendeinem Satz mit ein und die gucken mich so an, nee, das war falsch eingebaut. Und du hast es die ganze Zeit falsch verwendet, oder? Oh mein Gott. Ich hatte das, ich glaube, in meiner ersten Mathe-Stunde, so in meinem ersten richtigen Unterrichtstag, da saß ich mit meiner späteren Gastschwester dann in der Mathe-Klasse vor Unterrichtsbeginn. Da waren voll viele Leute und wir saßen an so einem Tisch, das war richtig nice und auf einmal klingelte es und diese ganzen Leute verließen den Raum. Und so, wie? Das waren halt einfach nur so Leute, die haben ihre Zeit verbracht. Dann kamen die ganzen anderen Schüler rein und die haben sich überall hingesetzt, außer wo wir saßen, an unserem Tisch. Und dann saßen wir jetzt so ganz hinten in der Klasse alleine, wir zwei, mein Mathelehrer kommt rein, fängt an auf Mathe zu labern, äh auf Mathe zu labern, auf ein Tisch zu labern, über irgendwelche Mathe-Themen gesaßen, oder so. Und irgendwann, er hat uns gar nicht gemerkt, er hat gar nicht Hallo zu uns gesagt, oder so. Wir kamen ja auch zur Mitte des Schuljahres an und irgendwann so, wait, hold on, who are you guys? Hi, wir sind die neuen Exchange Students. Und so, oh, was sitzt ihr da so alleine? Ne, sitz ich mal woanders hin. Dann gab es einen Jungstisch und einen Mädchentisch. Oh. Und die Mädchen waren so, ja, ja, kommt her, kommt her, hier sind noch zwei Plätze frei. Und so, ne, ihr geht zu den Jungs. Und dann waren das aber so Mathe-Cracks, also die haben einfach die ganze Zeit ihre Aufgaben gemacht, die haben wirklich nicht mit uns geredet und wir saßen so und so, hey guys, how are you? Und die ganze Zeit versucht zu reden und ne. Ich fühl mir halt die nervigen Haustürste gleich, wenn meine Mathe aufkommt. Und dann haben die wirklich die ersten zwei Wochen nicht mit uns geredet und wir waren voll verunsicher, wir waren die ganze Zeit nur so, oh, warum reden die nicht mit uns? Und dann hatten wir das ja auch fünf Stunden die Woche. Und dann, äh, warum reden die nicht mit uns? Das ist voll Urkurt. Und immer nur versucht, hi, 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 und irgendwann haben wir dann angefangen über Marvel zu reden und da wurde es dann interessant für die Jungs. Und ab dann hatten wir uns so voll, da gab's so den Klick und ab dann war das Das war total super an diesem Tisch, aber davor, das war so peinlich, man saß da immer nur... Ich stehe kein Wort, was hier gerade abgehebt, aber... Aber da hast du dann den kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden. Ist gut. Gute Matutese.